Der Kerl da wurde gerade hier im Polizeigriff abgeführt und sobald die Polizei mit ihm hinter dem Auto war, wurde der Polizeigriff gelöst. Also ganz offensichtlich war das ein gezielter V-Mann der Polizei, der unter die Demonstranten geschickt wurde, um Unruhe zu stiften. Jetzt wurde da neue Absprache getroffen mit dem Nike-Bändchen und jetzt marschiert hier eine neue Hundertschaft auf, die der V-Mann bekommt neue Instruktionen. Wird vermutlich dann gleich wieder gezielt in die Masse gehen, um Unruhe zu stiften, um dann wieder einen Grund zu haben, einzugreifen. Jetzt wird sich wieder neu vermummt.